Was ist mit dem Speicheltest? Das kann man natürlich auch mit dem Speicheltest zu verfahren, indem man zweimal misst, nämlich vor und nach einer Säurebelastung. In diesem Fall mache ich das gerne mit Kaffee. Jetzt schauen wir mal, hier am Anfang haben wir einen Ausgangswert im grün-blauen Bereich, also schön basisch. So soll der Speichel sein. Wäre er unter pH 7, dann würde er meine eigenen Zähne annagen, dass das nicht so sein soll natürlicherweise. Das begreift jeder, da braucht man keine klugen Bücher darüber schreiben. Aber jetzt sehen wir mal, wie der Kaffee eine Tasse, pH-Wert ungefähr 5,5, nein, ich habe es genau gemessen, der hatte 5,5, also so wie die Haut. Schauen wir mal, wie das wirkt. Wir schauen auf die Uhr. Da haben wir also gleich nach dem Trinken natürlich noch keine Auswirkungen auf den Speichel, denn der Kaffee muss ja erst über die Verdauungsorgane resorbiert werden, dann geht er ins Blut und vom Blut in die Lymphe und dann ist er unterwegs und der Speichel kann sich daraus nähern. Allerdings, zwei Stunden später, tut der Kaffee dann natürlich seine Wirkung und zwar eine ganz erhebliche, wenn man sich mal vorstellt, dass es nur eine Tasse war. Der pH-Wert fällt in den sauren Bereich und außerdem, der Proband, in dem Fall war es ich, fühlt sich schlapp. Ganz klar, das ist, erst pusht es und dann macht es müde. Das ist die Wirkung des Koffeins und des Kaffees, die immer mit einer Übersäuerung verbunden ist. Jetzt ein guter Versuch, um zu demonstrieren, wie schnell das eigentlich geht mit dem basischen Wasser, den Ursprungszustand wieder herzustellen. Das ist eben, weil das basische Wasser so schnell durch die Verdauungsorgane durch kann und Kontakt zur Lymphe findet. Ich trinke hier ein Glas Wasser, basisches Wasser, pH-Wert 9,5 und fünf Minuten später darauf die Messung und der Speichel ist wieder im blauen Bereich und damit die Lymphe und ich fühle mich auch wieder wohl. Deswegen ist dieses Glas Wasser zum Kaffee natürlich gut, aber das Glas basisches Wasser dazu ist viel besser. Und es ist viel besser, als mit dem guten basischen Wasser den Kaffee zu machen. Der wird dadurch nämlich nur wenig, weniger sauer. Kaffee ist bei weitem nicht das sauerste Getränk, das in unserem zivilisatorischen Umfeld verbreitet ist, wie diese Übersicht aus dem Servicehandbuch Mensch zeigt. Viele Mineralwässer, die als Durstlöscher empfohlen werden, sind genauso sauer, werden aber nicht Tassen, sondern flaschenweise getrunken. Sauer noch als Essig sind Limonaden, insbesondere Cola-Getränke, die fast an den Säuregrad der Magensäure heranreichen. Kaffee ist in der Säuregrad der Magensäure heranreichen.